Ah, ich muss so schwer gucken. Ah, ich habe hier auch keine Verliste gebaut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Next one. Und dann schieben wir mal. Das Level ist echt hart. Finde ich. Geil, dazu den Scheiß-Markt zu bauen, ne? Ich muss ein Tor rein, sonst kriegt mir das ja nichts. Das ist so heftig. Ah, wir haben Holz und Gold übrig. Das heißt, ich würde ein bisschen Verteilung aufbauen. Ah, der abgeht wie Sau. Jetzt ist die Wasserplanung. Ja, das war's. So wenige Steine die ganze Zeit lang. Ich weiß ja gar nicht, ist das die letzte Welle, ich glaube es fast nicht, oder? Ihre Faszination ist sie nicht. Okay. 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 Jetzt kommt der Soldat dann immer raus, egal. Egal. Jetzt kommt eine schnelle Welle. Okay. Weißt du das nicht? Nee. Freunde, Freunde. Ach, für den einen hat es gereicht. Gut. Gut gemacht. Gut gemacht. Irgendwie kriegt man das gebacken. Irgendwie schaffen wir das schon alles. Irgendwie. Ich habe gerade ein bisschen Schiss noch großartig Häuser zu bauen, weil die halt wahrscheinlich eh komplett vernichtet werden würde ich gerne lieber aufwerten. Aber die brauchen halt so viel. und allem. Habe ich noch irgendwo normale Häuser umstehen? Nee, ne? Die Frage ist, ist es die letzte Welle oder weiß ich es nicht? Das ist die letzte Welle. Also Häuser, normale Hütten haben wir jetzt schon, oder? Das ist schon mal gut. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir uns an ein paar Ecken einfach ein bisschen ausbremsen. Okay. Wir haben gleich wieder ein Nahrungsproblemchen. Vielleicht wäre es doch gut, wenn ich irgendwo versuche, nach dem Markt hinzumachen. Jetzt müsste ich so ein bisschen was helfen. Jetzt müssen wir doch eigentlich sehen. Jetzt haben wir sechs Nahrung gemacht. Müssten wir mehr haben, oder? Glaub ich zumindest. Müsst. 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 das Wichtigste wäre, ne? Das machen wir auf jeden Fall dazu, weil da haben wir nur einfach gerade noch. Das geben wir aber dann auch auf, wenn da jetzt irgendwie was abgehen sollte dann. Die hier sollten wir auch aufwerten. So. Was? Können wir bauen. Ich finde dieser Moment immer so schlimm. Wenn du kurz vorm Schwarm bist, keine Ahnung hast, wie der sein wird. Ich glaube nicht, dass es der letzte ist. Dann haben wir auch ein Problemchen. Aber ich glaube es wirklich nicht. Ich glaube es nicht. Hier ist auch kein... An die Bevölkerung hinzukriegen wird kein Problem sein. Sobald die letzte Welle durch ist, kriegen wir schon gebacken. Ich bin mir ziemlich sicher, aber... Ich darf gerade einfach so sagen gehen nicht. Das hat mir in den Augen nicht hin. Ich habe kaum noch Platz. Wir sind überall schon ganz am Rand angekommen. Klar, ich kriege nachher Platz, wenn ich ein bisschen Innenmauern abreißen kann nach der letzten Welle. Da passt noch eine Farm hin. Da glaube ich gerade auch noch so. Aber dann bin ich halt schon am Rand. Daher gehen wir jetzt leider nur auf die Jäger, die halt echt nicht so der Knaller sind. Und gehen dafür aber auf die Wasps. Ist eigentlich ein ganz guter Zwischenweg. Ich bin echt gespannt, wie es klappt. Ich bin zu meinem Rand über alles. Das macht mich tierisch. Finde ich voll ätzend. Was? Gott. Hä? Wie wird der Veteran? Aber okay, da kommt ja schon die Welle. Also nicht die Welle, aber da hat wieder einen kleinen Angriff. Gar nicht geschnallt. Kaum mitgekriegt. Wir machen hier innen schon mal ein bisschen, weil ich fürchte, dass die halt dann später überall durchbrechen werden. Dann können wir hier schon mal ein bisschen mehr abgesaved. Weil eh Stein- und Eisengratzprobleme ist das Holz eher weniger. Ja. Oh, du Steine halt. Ja. 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 Wie kann ich eigentlich das Öl? Öl-Plattform. Ich habe einen neuen Klingens gelernt. Wie landen wir denn den dann? Dafür die Öl-Plattform ausbauen. Ich habe doch diesen Thanatos gelernt. Wie gehen das dann? Diese Reihe muss ich... Ach du Scheiße. Also sorry, das ist schwierig gerade. Jetzt ist überall, wo es einfach ist, müssen wir... auf jeden fall gucken dass man stämmer und was machen und wer fatal das ist leider noch ziemlich viel oder wir ziehen da halt dann noch waren da hinten können wir gucken wo vorbeikommen die idioten zum wies ja es schon irgendwie werden Spannend, ob die jetzt von allen Seiten schon kommen. Ich hab nicht gedacht, dass sie jetzt schon von überall kommen. Jetzt wirklich nicht gedacht. Ich glaub, wir sind im Arsch. Was ist das? Halten wir nicht Stand. Ich glaub nicht. Wo sind denn meine ganzen Soldaten, Leute? Sind die alle? Einfach zu wenig, ne? Ach, da! Ja, aber die sollten wir hier lassen, weil da sind sie gleich im Ding. Da sind sie gleich drin. Wenn sie hier reinbrechen, haben wir ein Problem nämlich. Keine Zwischenmauer, nichts haben wir hier. Lassen wir's. Ich kann auch eine Wasp grad platzieren, eine Wasp. Wasp. So, auf durch. Oh mein Gott. Das wird kritisch. Ich hab da keine Mauer. Wasp. 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 Das reicht definitiv. Den wird man dann verlieren. Der wird Maus verlieren. Ich hoffe wir verlieren hier nix, weil dann sind wir auch im Arsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier ist alles nur Holz. Wasp. Pascht. I che 서. Okay. Oh Gott! Aber wenn ich das richtig sehe, kommt von hier niemand. Das richtig erkannt? So, die kommen von überall. Okay, die kommen von überall. Okay, die kommen von überall. Das Problem ist, ich muss halt rechtzeitig hinbekommen. Ich muss eigentlich anfangen abzureißen, weil wenn die die Einrichtungen überrennen, dann ist halt rum, ne? Die werden mir einiges, glaube ich, kaputt hauen. Das ist auch problematisch, weil da kriegen sie viel hier. Da kriegen sie sogar sehr viel. Jetzt haben wir hier einen kleinen Schutz noch. Ähm, das ist okay, wenn das fällt. Hier haben wir halt ein Problemchen. Da ist es okay. Da haben wir auch schon recht. Ja. Dass sie können unterstützen. Mal nach hier. Ja, okay, vielleicht machen wir erstmal großes. Ne, schon. Ähm. Da sind sie durch. Ähm. Da sind sie durch. Ähm. Da sind sie weggeklartig sind. Da sind sie weggeklartig sind. Saal? In Ordnung ist sie weggeklartig. Sollte dich auf. Wie soll das? Ja. Ja. Dazu will ich mich nicht. Ich sage covered. Wie soll das mit dem? Daher geht. Hey, hier sieht's ganz gut aus, da sieht's gut aus, die sind weg. Das wird gehalten. Hier ist rum, ist rum. Da sind sie durch. Ähm, da sind sie auch durch, also fertig meine ich damit. Da wird es so heißen. Was ist denn hier? Schießt die denn da? Also nur noch hier, wenn ich das jetzt richtig erkenne. Schienen wir auch außerhalb der Mauer und ein paar Innenmauer. Oh, geil. Wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Und das war die letzte Welle. Es kommt keine Welle mehr. Oh mein Gott! Wie gut ist das denn, bitte? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und wir können jetzt nach und nach ein bisschen was abreißen. Ich weiß nur nicht, ob jetzt vom Kartenrand noch welche kommen. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Kann nämlich schon sein. Weiß man leider nicht. Ja, das repariert ist da. Guck, komm. Machen sie jetzt aber einfach zu überall und dann kann eigentlich ja nichts mehr passieren. Ich weiß nicht. So. Oh Gott, so ruhig Schiffwil verteidigen, weil ich abreißen kann, dass ich da... ...Ammen krieg? Oh, nein, nicht alle. Das ist Ressourcenverschwendung. Was? Oh, hier we go again. You order, you pay. Um, Mühlen, Mühlen. Mühlen, Mühlen. Mühlen, Mühlen. Ja, aber das wird schon irgendwie klappen. So, jetzt kann ich alles hinkriegen. Können wir einen Steinbauer reinhauen. Jetzt will ich den Stein noch schneller. Wenn wir mal die Energien. Ich könnte aber auch einfach die Steinmäuerchen abreißen, ne? Nein, nicht alle auf einmal. Ja, das kriegen wir da hin. Ja, die Einzelnen vielleicht nicht. Da habe ich ein bisschen Schiss. Aber doppelte Welle können wir abreißen. Das ist halt echt viel Stein, das Zeug. Bei dem Platzmangel, was wüsste machen? Ein Zug? Vielleicht reicht es ja sogar schon. Man weiß ja nie, ne? Ja. 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 Jetzt haben wir noch ein Armproblem. Ein Erinnerungsproblem. Ein Erinnerungsproblem. Ein Erinnerungsproblem. Ein Erinnerungsproblem. Ein Erinnerungsproblem. Oh? Kann man gleich wieder Stromproblem haben? Ähm, man geht's ja nicht. Ja. Ja. Ähm. Komm, Farmen. Komm, Mühlen. Ich hab's fast. Oh Gott, das ist gar nicht genau. Das war so klar. Das war so klar. Moment. Komm, Zug. Gib mir den Sieg. Gib mir den Sieg. Eigentlich ist da überall die Durchfahrt jetzt verengt, ne? Gar nicht, man kann's schon mal durchlaufen. Also Durchgang, nicht Durchfahrt. Oh, der Rest. Was mich ein bisschen stört, dass man... Ah, da. Machst du? Haben wir doch. Ah, da kommt der Zug. Durch. Sorry. Darum schwätzt hier jemand. Win! Schön. Ich bin jetzt auf dem Kuhlge. Ich bin jetzt auf dem Kuhlge. Ich bin jetzt auf dem Kuhlge. Wins? Aber du bist der wichtigste Instrument für den neuen Empire. Beware! Deine Verantwortung ist großartig. Wenn die neue Kolonien auf die Infection sinken, die Infection werden in so einer Weise dass sogar die Prominenten Walls des Great Crater nicht genug werden, um die Ruhe der Empire-City zu verhindern. Und wir werden zurück in die dunkle Zeit, die von Menschen genannt werden. Das Leben des neuen Empire ist in deinen Händen. Du kannst weitergehen. Okay. Dann würde ich noch kurz die Fude gucken. Oh, dann kommt da noch eine Mission. Achso, Nell. Ich muss auch so... Tal des Todes. Wir sind jetzt gerade mal bei 50%. Ich finde es so heftig, wie umfangreich dieses Game ist. Das ist so krass, finde ich. Ähm, ich würde es gerne mal kurz gucken, ob wir irgendwie eine Möglichkeit haben, dass das mit dem Stein besser läuft. Das hört sich überall da gut an, ne? Ich weiß ja nicht, was das genau bringt. Wer herbeckt, reißen welche für die Kolonie arbeiten wollen. Habe ich dann mehr Arbeitskräfte? Ja, Gold ist halt... Ich nehme es jetzt einfach mal ein. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Aber schauen wir mal, wo wir nächstes Mal weiter machen. zwei Wochen zu verlangen. Wir sind immer noch immer wieder. Wir sind noch. Wir sind auch ein Schlitz. Untertitelung des ZDF, 2020